hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play world of warships wir haben unsere zähne ausgekramt der ultrakiller seine sau und ich hier meine hintenburg zur sau fehlt mir noch ein wenig wann ist meine zweite runde mit dem kahn ich glaube in der ersten runde bin ich nach drei minuten geplatzt nach ich glaube ganz genau vier treffern vor mir fährt lego spuckt ihr hat keine tarnung drauf keine fahne da kann auch hochfahren richtig nach kapitän habe ich immer noch nicht frei deswegen sehe ich nicht wo jetzt der nächste gegner wäre ich habe mal nachgeguckt also die erste runde mit der sau bin ich nach vier minuten gestorben nach drei treffern wollen ja alles hier schön richtig nur seine dem neuen oder des neuen wie auch immer erste salve ist aus meiner auch erste salve kommt an erste salve hat 825 schaden gemacht 1600 brennt ein treffer und er brennt abgelöscht also fünf treffer ein brand 47 fünf treffer 33 ohne brand nur der fahrer hat gesamt ne ja ja mal abdrehen 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 schon wieder die china kase ist wieder rot gekennzeichnet weißt du am letzten standort im b aber da ist du nicht mehr und sie wird nicht sichtbar schon wieder so ein bug da kommen aber die 15 tops und da hinten kommen noch mal tops auch keine tarnung drauf wenn ich das richtig gesehen hat die scheint rückwärts zu fahren und das können sein das machen die gerne auch 3 treffer 1100 punkte alles unsichtbar, nur ich nicht so, dann bespaßen wir mal die Amator ich bin den Kurfürst am bespaßen ging alles daneben ich bin da ein Stückchen von der Karte abgeknipst ich bin schon am Ende ich finde den Gran ausgewischen kann das sein, dass die ganzen Gegner bei mir sind ja warum haben wir denn noch nicht B und C? äh äh A und B? ja wer das weiß ach, ich könnte ja mal reparieren reparier doch mal so, dann drehen wir mal rum ach, du bist ja wieder mitten im Gefecht du sollst da hinten bleiben ich wollte ausprobieren, was der unter richtigem Gefecht zu demonieren kann ja, ja, die fährst du weiter hinten den habe ich nicht gesehen, dass die nur eins da hinten auch steht ja also die Sau, die fährst du hinten die ist auf Concealment also auf Tarnung geskillt und dann solltest du die auch weiter hinten fahren so weit hinter ging das ja gar nicht mehr die hat ja nur 18 Kilometer Reichweite hast du noch was rausgenommen ja durch Feuer oder Torp oder was? Torp zwei Volltreffer und an der Bismarck sind zwei ganz knapp vorbeigegangen da wären wir wieder bei dem Thema wer parkt, der stirbt ja so habe ich aus meinen 69 noch nicht auf hm ach denn haben wir zwei Yamatos auf einem Edinburgh die eine Kid am jagen sind ja ja die zweite jamahto ist noch voll die steht da oben weißt du da zwischen a und b siehst du den auf d4 ein bisschen gas weil ich tot und bin ich bei dem wir haben nicht einmal geschossen die volle yamato dürfte jetzt hin sein vier kilometer davor taucht ein zwei drei drei fristen dann geht es ja aber sein motor sind und er brennt wir sind ja mit punkten weit hinten die hälfte oben bei asien jetzt alle drei gegnerischen zerstören 86.000 und die gegner haben gleich alle caps das gegnerische team steht kurz vor dem sieg passende abschlussrunde zu diesem wochenende auch ja hätte ein schlimmer treffen können wo mein erster schaden den ich gekriegt habe der zweiter und da kommt ein dritter da parkte jamahto von hinten tut sich eine gegnerische chemikasse anschleichen das kann ich dir nicht weiter mit angucken ha du brennst naja oder ist das nur ein großes barbecue gut und die 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 Shima brennt Auf der Zeit, dass du auch mal was machst Die Shabaros hast gesehen, ne? Ja Ich würde sagen, deine Punkte 100.000 Penny Was für ein Schwein Ich war unsere letzte Hoffnung und dann war das Spiel vorbei Sie sehen unsere letzte Spiel aus Natürlich bin ich nur noch ganz oben Ja, ich hab's noch gesagt, die vier Ja, und zwar in der Abschlussrunde Aber komm mal, da ist diese Assa Schio, drittletzter Ich verstehe das nicht Immer wenn das Ding bei den Gegnern ist, ist das voll der Roller Ja, nur halt bei dir im Team halt nicht, ne? Tja Gut, gut 8 Brenner habe ich gemacht 141 Treffer 101.000 Ein Schiff versenkt 6x Cap verteidigt So, ich darf behalten 82.000 Und hab's Genau Hab's im Luz auf Platz 1 geschafft Tolle Runde Also das Schiff ist echt super Ich fahr's gerne Aber hat leider nicht so viel gebracht Tut mir leid Danke fürs Zuschauen Und wir sehen uns in der nächsten Runde Tschüss